Bitte! Schwester, Sie! Den ganzen Tag versuche ich schon, Sie zu erreichen. Ich kann mir schon denken, warum. Sie haben die Frau Marquardt heute früh wiedererkannt. Genau, sie steht auf der Fahndungsliste und... Und Sie? Und da muss sie auch wieder runter. Und Sie werden mir dabei helfen. So, werde ich das. Mhm. Ich glaube, es sei mal nicht. Und, bitte? Schwester, Sie! Den ganzen Tag versuche ich schon, Sie zu erreichen. Äh, ich kann mir schon denken, warum. Sie haben die Frau Marquardt erkannt. Genau, sie steht auf der Fahndungsliste und... Und da muss sie auch wieder runter, ja? Weil... Gut. Und, bitte? Äh, da wollte ich was fragen. Ob du so jemanden was fragen sollst. Ich kann mit dem Kollegen nicht mehr arbeiten. Gut, voll trocken. Ja, lassen Sie mich jetzt rum. Denken Sie mal an mir rumfummeln. Halten Sie es immer. Ich hab's gesagt. Was hast du gesagt? Ja, 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 ja. Die Jugendliche, die Gentile. Das ist... Ohne Strafstab. Ich hab doch da... Chopp, chopp, chopp. Ich brauch den... Und, bitte? Klingt ganz nach Schwester Reuter. Hamster. 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 Okay, ich lach jetzt nicht. Ich bin's nicht. Bitte. Bitte. Aber ich kann nicht. Ja, ich bin schwul. Na und? Ich kann mit dem Kollegen nicht mehr arbeiten. Das ist nicht das erste Mal, dass ich als Ehetherapeutin Erfolg gehabt hätte. Also, äh, ah, ah, ich weiß es nicht, von Ihrem Stuhl auf, sonst, äh, sonst, äh, verdorben. Haben Sie es gleich mit ihr verdorben. Wirklich? Lassen Sie das. Und stehen Sie von Ihrem... Ja, nee, der hat, der Bröselmeier hat, er liefert, er hat gar keine Brösel da. So viele Tage spielen gar keine Rolle, also, ich schlage vor, der Satz stimmt nicht mit den... Soll ich nicht doch nochmal mit Günther reden? Das ist sinnlos. Der wollte zum... Ach, Entschuldigung, jetzt hab ich gerade einen... Der weiß es nicht. ...Reusbarer gehabt. ...ein, wo das Diebesgut sich befindet, sind Sie verpflichtet, diese Informationen umgehend den zuständigen polizeilichen Stellen zu melden. Also, mir. Widrigenfalls... Verhaften Sie mich. Ah, ja, nein, Schwester, jetzt sagen Sie schon, bitte. Ich kann nichts dafür. Ich, 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 ich wollte den Satz jetzt schon nicht sagen, weil es war ja klar, das geht gleich wieder los. Ui, Schachzug, das ist gut. Da steht Ihnen nämlich ein... Aua. Ja, kleine Stunden werden sofort gestreut. Aber bitte. Das sind leidige Geschichten mit dem Klosterwoller aus der Welt. Als Opferm Kloster. Bitte noch. Bitte nicht. Komm, komm, komm. Bitte nicht. Danke, danke. Soll ich nicht noch einmal mit Günther reden? Das ist sinnlos. Der wollte zum Rathaus und die Hochzeit absagen. Entschuldigung, dass ich störe, aber der Wagen von dem Herrn ist im Weg. Der Abschnitt ist... Tut mir leid, ich komme. Jetzt nicht die dringend notwendig korrekte Matratze für Bischofs Ross. Aber bitte, vergiss nicht die orthopädisch notwendig dringend... Scheiße. Agnes. Da ist ein Mann. Oh Gott, ich hab die Strafzahnen. Ja, ich hab zu tun. Lustigen Halssack. Nein, 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 nein. Tapp, 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 tapp. Zu Fuß. Genau, okay.